Jetzt mache ich ein kleines Video von der Joyce. Hallo Joyce, guten Morgen. Eines schönen smiley Gesicht, habe ich gesagt. Ja, ich probiere es. Einfach mal den Leuten zeigen, wie deine schöne Afro-Haare aussehen, ohne die Open Braids, oder diese Deep-Friend, die wir dir immer flechten. Und die sind lang geworden, haben wir vorhin festgestellt. Eigentlich bräuchtest du gar nicht mehr. Ja, sieht auch gut aus. Nur, wenn wir sie jetzt flechten, dann brauchst du gar nichts machen, stimmt's? Genau, und ich will sie auch noch ein bisschen zwischendurch machen. Jawohl, ja. Dann zeigen wir, wie es geworden ist, ja? Hast du dir eigentlich überlegt, was du willst? Auch so, wie das letzte Mal. Ich mag sie auch bis hier, so ein bisschen stufig, ne? Okay, okay. So blödenartig. Du machst das schon. Ich freue. Und wie gefällt es dir? Ja. Dreh dich einfach mal um. Nummer zwei haben wir, und die ganze lange Länge haben wir halbiert und dann so reingeflotten, damit die etwas kürzer sind als die 30er Länge. Und so sieht die Joyce aus. Mach mal so. Genau. So sieht es aus. Und gefällt es dir? Ja, ich finde es sehr gut. Hallo, wie immer. Ciao. Viel Spaß, ja. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.